Die Agrarbranche trifft sich in diesen Tagen in Münster bei den Agrarunternehmertagen 2017. Als Fullliner im Futtermittel-, Spezialfutter- und Tierhygienesegment sowie als verlässlicher Partner für die professionelle Pflanzenproduktion ist die Agrarwes-Reifweisen-AG natürlich als Aussteller vertreten und nicht zu übersehen. Ja, Agrarunternehmertage 2017, wie immer eine Messe, die wir gerne machen, eine Messe, die ja in der Region hier stattfindet. Und auf der Messe wollen wir natürlich wie immer unsere Kunden, aber auch unsere genossenschaftlichen Partner treffen, mit denen kommunizieren und nach Möglichkeiten unsere Verbundenheit vertiefen. Landwirte und Fachbesucher haben die Möglichkeit, sich mit den Agrarwes-Produktionsberatern und Experten der Genossenschaften über die neuesten Trends und Entwicklungen in der Schweinemast, in der Milchvieh- und Fleischrinderhaltung sowie in der Geflügelmast- und Eierproduktion auszutauschen. Landwirte und Fachbesucher